Frau Krebel, Sie sind ja Schauspielerin, Sie sind quasi auf dem Laminat, was die Welt bedeutet, zu Hause. Äh, was sind so Rollen? Also vielleicht sollte ich den Satz zu Ende sprechen. Was sind so Rollen, die man ... Punkt. Was sind das für Rollen? Das frage ich mich auch immer. Ich lese immer und denke, so, das ist denn das schon wieder. Und Sie haben einen Film gedreht, der heißt Jeans. Warum heißt er nicht Anzug? Haben Sie was gegen Männer in Anzügen? Hassen Sie mich? Nein, ich liebe Sie.